Ja, und ihr haut mich am besten einfach nochmal ein bisschen. Ja, danke. Ich blute. Das möchte ich, das wollte ich. Genau deswegen habe ich mich gerade verbunden, um gleich wieder zu bluten. Ja, bleib ruhig stehen. Dein Thema. So. Ja, von hier hast du alle weggeräuscht. Nein, 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 alles gut. Oh, ist ja ein geiler Spot. Mann, ich renne jetzt gerade bloß langsam in die Richtung. Pass auf, hier, hinter. Ich blute. Und ich werde immer noch abgeknallt. Wo denn? Weiß ich nicht. Irgendwer schießt hier. Ich muss mich schnell verarzten. Ja, mach doch. Ja, Mann, ich bin doch dabei. Ich bin tot. Du hast mich getroffen. Ach, schade. Du hast durch den Zombie auf mich geschossen, du dreckigen Wichser, Alter. Schön Punkte abgegriffen? Du kleiner BMS, ey. Ich denke, du bist drauf hingegangen. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder weg. Ist natürlich auch noch gleich einer neben mir runtergegangen. Natürlich. Sobald ich immer auf dem Boden aufkomme. Steht schon 5 Leute da, wa? Naja, da drüben Hast du das da vorne? Ne Jetzt musste ich ihn haben Taviana Sniper 2.200 hat er gegeben, Walter Und er killt auch andauernd Leute Ja, hier liegen ein Pfarr rum Ach, ich hab bloß ne MP5 Kann sein, dass du hinterm Tresel gestorben bist? Ne Doch, ja, bin ich Hinter dem Tresel, ja Oh, da rennt schon wieder einer drüber Wo seid denn hier? Ach so, ich seh dich schon Diablo, dich hab ich auch schon getaggt Hast dich getaggt Papa, Papa John hab ich getaggt Ah, die werden hier gleich wieder herkommen Ach so, es ist ja der Papa John sah aber auch schon wieder aus wie so ein fresh spawn Und scheiße Ich renne aber mal zu Papa John hin Vielleicht hat er ja was Ne Hat nix Fuck Gut, doch Diese Lutschen wir ja noch und mit'n Qu Guard solar Hier kommen grad einer mitn mythode Ja Ja. Oh. Oh fuck. Ja. Du bist das Chris, alter. Ich wollte ihn gerade wegballern, ne? Ja, ich auch, alter. Der wird doch bei mir aber nicht angezeigt, ist der bei uns in der Gruppe drin? Ich hab dich getaggt, du musst mich erst annehmen. Pass auf, ich werd angeschossen, ich werd angeschossen, ich werd angeschossen. Von wo? Ja, von hinter mir eben, grade. Ich versuch ihn zu umlaufen. Ich renne einmal hinten rum. Hä? Von der Feuerwehr aus? Da ist grad was gelaufen auf der Hauptstraße. Da bin ich doch. Da. Weiter vorne. Hab ihn. Genial. Genial. Da rein kommt wieder einer zu euch rein. Habt er? Ja. Ich glaube, der sieht tot aus. Wer schießt hier auf meine Reifen? Ja, weiß ich nicht. Ich nicht. Du vergeht. Du vergeht. Alter, ich bin tot. Von? Taviana Sniper, grade aus. Von dir. Da wo die kleinen Häuschen sind, nebenan. Ob Stress entlang. Ich hab'n. Der hängt auf'n Dach. Der hängt auf'n Dach. Leu, wie kommt denn der da hoch? Hey, du Schimpf. Hab ich ihn gekillt? Ja. Hab ihn wieder. Der saum hier landet, oder wat? Ich hab'n. 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 Einen Typen, der ist schon wieder hier unten in der Vorredings. Ja genau. Er hat mich direkt weggehauen ne? Ist- ist klar. Auf die Entfernung... Wieder Taviana. Ja der ist unten bei uns da. Oh! Okay. Ihr seid soweit verteilt ey. Wir sterben auch sozialer Weise ab und zu. Sozialer Weise? Dummerweise. Meine Fresse ich bin schon wieder runtergeballert und ich bin nicht mal 500 Meter näher dem Ziel gekommen als ich wollte. Fuck. So jetzt shake ich natürlich. Shake doch ruhig weiter. Müsst ihr jetzt gerade ein Schmerzmittel schneiden oder eher nicht? Trink mal was. Isst mal was. Können wir mal da sagen was der für eine Knarre hatte? Eine Saiga. Nehm ich mal. Ja und ihr haut mich am besten einfach noch mal ein bisschen. Ja danke ich blute. Das möchte ich, das wollte ich. Genau deswegen habe ich mich gerade verbunden um gleich wieder zu bluten. Hm. Das ist nun mal ihr Job. Alter. Die Zombies lassen nicht von mir ab. Ach komm leckt mich doch. Ihr spielt eh noch Muckab? Ja. Ich bin gleich dead. Ich bin gleich sowas von dead. Hatte ich aber von euch ne Bluttransfusion? Alter die labern hier. Alter. Alter die Miese macht ja mal überhaupt keinen Spaß. Sagt er. Alter die sind direkt neben mir. Lass mal bitte ein hier ne Bluttransfusion dabei haben. Ich bin ganz einfach, aber doch, schwer zu stauflen! Ich bin ganz es Moment. 射 Hoolshop-an. Ich hab dieRL disabilities. Appel, você schrauben ihreками Мы конн HKD. V socas 2 websites undДаque staun. ich komme ja pass auf hier unten neben 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 mir in dem haus unten in dem gang muss wäre drinnen sein hier rechts links von uns hier wirst du hier unten der drucker abgespielt und ich habe den reden hören wo hinten der und 9 wo und zombie beide tod was hat er hier schießt er schießt er hier die zombies ich hab kurz zwei erschossen das ist der falsche hier unten an der ecke stand doch gerade jemand ich wusste jetzt wusste ich ob das jetzt ganz schön vor oder nicht mk12 spa ja habe ich auch im stand so diablo ich komme jetzt eben schnell vorbei bringst du noch eine neue munition oder was meine mk ihr seid dabei da oben drin pass auf schüsse 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 hier unten einer von euch auch das ding schwebt zu weit oben ich komme eben hoch und bring dir eine blutkonserve ich bin voll er kommt unten rein da kommt eine unten rein im ghillie er müsste oben sein habe ihn draußen vor der tür ist noch einer der ist vorne aber der ist nicht reingekommen der ist ins schulgebäude neben angerannt ist du da jetzt auf mich geschossen nein da ist einer hinter dir ist er tot nein er ist da durchgerannt wo du warst ich glaube ich renne gerade im kreis mit ihm im supermarkt ist er im supermarkt ist er im supermarkt ist er wunde hinterm regal oder was ich blute ich blute ich muss da durch danke alter krigen headshot ich verbinde mich eben aufpassen er könnte sein dass wir hinterher kommen wer er steht vorne an der straße er rennt hinten auf den hinterhof wieder ich leg mir eine bluttransfusion kreis das ist ich bin verabschied ich bin nicht nicht es ist nicht nur die eine eine von der Abdaun? Ja. Wen hab ich da gerade gekillt? Inkognito oder wie der hieß. Meine Fresse, was ist mit dem... Problem, ey. Ich hab doch hier schon mal was trampeln hier vorne. Zombie rennt doch hinterher. Ja, hier ist ein Spieler, Alter! Bei dir oben. Ja! Hab ich gerade gesagt oben? Ja, der ist oben bei mir. Was? Bist du das, Chris? Ja. Okay, ich muss mich verbinden. Okay, ich komme vor, Aurora. Vorsicht! Draußen! Oh, meine Fresse. Wo draußen? Ja, hinter ihm stand am Fenster einer, der hat reingehickt, wo er sich gerade verbinden konnte. Ja. Bist du genau hier gelandet? Nee, ich bin gegen die spitze Kante vom Dach geflogen und tot. Gegengeklatscht. Bäm. Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das? Ja, ich würde den jetzt auch erst mal... Lass mich Schluss machen, ich muss mir noch was kochen. Ja, habt richtig gehört, ich muss noch kochen. Ich hab keine Lust. Ja, ja, ja. Komm. Und meine Brüste juckeln. So. Mal waschen, alter. Nein, Weihnachten ist, dauert noch ein bisschen. Hallo? So, an die, die das Video irgendwann mal sehen. Ich verabschiede mich. Ne, das war's. Ja, ich mich auch. Ich bin fertig für heute. Bis zum nächsten Mal. Und falls ihr uns besuchen wollt unter www.camshot.de Könnt euch gerne einen nennen. Das ist interessant.